herzlich willkommen meine damen und herren wir bringen ja auf diesem alten von unseren beiden kanälen von unseren beiden tv kanälen politik spezial nicht mehr viel nur noch selten einen beitrag wir sind umgezogen in den neuen den link zu dem neuen kanal wenn sie es noch nicht gemacht haben den umzug den finden sie im rahmen mit der textbeschreibung direkt unter diesem video aber um hier einfach noch mal aufzutauchen und sie erneut zu bitten und zu aufzufordern dass sie mit uns umziehen möchte ich hier noch mal ein paar gedanken vorbringen es soll mal ausnahmsweise nichts aktuell politisches oder wirtschaftliches sein sondern ich habe einfach jetzt beim umzug auch das büro hier ausgebaut und umgebaut das büro in dem ich diese aufnahmen mache und dabei habe ich ein bisschen raum gewonnen und kann das jetzt einfacher produzieren die videos und beim umräumen der regale sind mir zwei bücher in die hand gefallen die ich immer wieder gern gelesen habe zwei römische philosophen einer davon war sogar kaiser das ist mark aurel der hat ja gelebt von 900 von 100 jetzt war ich im falschen jahrhundert von 161 ab ist er kaiser geworden war das fast 20 jahre lang und der ist ja sogar mit seinen selbst betrachtungen so heißt das werk in die weltgeschichte in die weltliteratur eingegangen und da geht es vor allem um zwei eigenschaften die er da hervorhebt in diesen selbst betrachtungen die er während feldzügen im norden des römischen reiches geschrieben hat um gelassenheit und pflicht und gelassenheit wünsche ich mir morgens vor allem beim lesen der neuesten schreckens nachrichten und das thema pflicht da denkt man natürlich unweigerlich an die frau merkel und was sie in ihrem kanzlereid geschworen hat und was sie in wirklichkeit gemacht hat vor allem in den letzten drei jahren fangen wir mal mit einem zitat von mark aurel an das ich sehr schön finde es ist so leicht unwillkommene und unliebsame gedanken zurückzuweisen und schon hat man seine ruhe wieder da denken wir doch unweigerlich an das was hier passiert mit leuten die dem mainstream und seinen darstellungen nicht folgen die selbst denken und reflektieren die kritisch sind zum beispiel gegenüber der sozialen spaltung in unserem land gegenüber der ideologischen spaltung und natürlich der migration die wir in den letzten drei jahren sehen alles solche themen es ist immer schlimmer geworden muss man sagen wie der linke mainstream mit seinen kritikern umgeht da gibt es digitale eliminierung da werden leute blockiert oder redner die in universitäten vorträge halten wollen da werden autoren ausgeschlossen aus diskussionsrunden manche leute lädt man schon gar nicht mehr in die talkshows des öffentlich rechtlichen fernsehens ein also es wird diffamiert und in die rechte ecke gestellt was das zeug hält und insofern ist mark aurel mit mindestens einer aussage von damals auch sehr sehr aktuell was unsere zeit angeht aber es ist natürlich nicht die einzige ich habe noch ein weiteres zitat rausgesucht das ist jetzt aber schon von seneca das ist der andere der beiden philosophen die ich heute erwähne oder von denen ich ein paar zitate bringen möchte seneca habe ich viel gelesen vor allem als mein vater sehr krank war und das eine sehr schwierige zeit war das lieblingszitat aus seinem buch über das glückselige leben ist dass ein baum nur stark werden kann wenn er vom wind kräftig geschüttelt wird und hier habe ich ein anderes zitat das ganze leben ist ein allgemeiner raub und eine beständige flucht das erinnert mich auch in unseren tagen an zwei dinge wenn ich das wort raub höre dann muss ich natürlich wahrscheinlich wie sie unweigerlich an steuern und abgaben denken die deutschen sind in den europäischen ranglisten beim einkommen relativ weit vorne im vorderen mittelfeld aber wenn man dann schaut wie das mit dem vermögen mit den ersparnissen aussieht da ist es schon lange nicht mehr so gut und da sieht man dann was uns doch am ende von dem was wir verdienen abgenommen wird das ist ein blick also auf das steuersystem der einem bei seneca da einfällt das ist sicher einer der größten raubzüge der geschichte was wir in den letzten jahren an das finanzamt in deutschland gezahlt haben und dann denkt man natürlich auch an die flucht in diesem zitat eine beständige flucht wir begehen ja irgendwo auch selbstständig und fast täglich eine flucht wenn wir uns nicht noch öfter als wir es schon tun zu wort melden und einfach auch mal klar sagen wo die dinge schief liegen und falsch laufen in unserem land es gibt viel zu wenige bürger die das machen lange zeit hat man da fast gar nichts gehört dann so mit beginn dieses jahrzehnts da kam die occupy bewegung da kamen demonstrationen inzwischen auch sehr oft über die hohen mietpreise in deutschland die ihk rebellen begehren gegen hohe präsidenten gehälter auf die fußballfans gegen die montagsspiele und so weiter und sofort sechs millionen wähler sind zur afd übergelaufen da wird es schon irgendwie lauter im land aber trotzdem hat man das gefühl wir haben immer noch zu viel geduld so dann komme ich noch mal zu mark aurel zurück da gibt es noch ein schönes zitat oft tut auch der unrecht der nichts tut das ist das worüber wir gerade gesprochen haben dann geht es weiter in dem zitat wer das unrecht nicht verbietet wenn er kann der befiehlt es also man leistet vorschub wenn man sich da zurückhält und die dinge nicht benennt und noch mal seneca ein sehr schönes zitat wir haben nicht zu wenig zeit wir vergeuden zu viel da denkt man unweigerlich an die groko die vor 18 monaten also erstmal nicht direkt aber da gab es die bundestagswahl und die groko ist dann sechs monate später im märz ziemlich genau vor einem jahr jetzt fast auf den tag zusammengekommen und entstanden durch den koalitionsvertrag und was ist passiert nach der bundestagswahl sind sechs monate mit regierungsbildung verschwendet worden dann hat man sich langsam zusammengefunden dann gab es den großen streit zwischen seehofer und merkel da ist die groko fast geplatzt dann ist es wieder ruhiger geworden jetzt driften die beiden großen partner spd und cdu auseinander und versuchen mehr profil zu gewinnen ist ja ganz klar die großen wahlen nähern sich in diesem jahr und so leben die sich da auseinander und die groko hat unglaublich viel zeit vergeudet und jetzt bevor sie endlich mal ans arbeiten kommen könnte da bereitet sie sich auf ihr ende vor und das vergeuden von zeit das fällt natürlich auch wieder auf uns als bürger als beobachter als teilnehmende zurück weil wir uns einfach mit dem protest der auf viele fehlentwicklungen in diesem land kommen müsste einfach zu viel zeit lassen und nicht so richtig aus dem sofa kommen so und nochmal zum abschluss ziehen sie mit uns um wenn sie interesse an den beiträgen haben es sind nur zwei klicks der unter dem video hier habe ich ja schon gesagt und wenn sie im neuen kanal dann angekommen sind einfach nochmal auf abonnieren drücken und dann bekommen sie weiterhin alle neuen beiträge automatisch zugeschickt per e mail danke